Ein Blaswandler ist ein elektronisches Musikinstrument, das in der Anblasweise einer Blockflöte, Klarinette oder einem Saxophon nachempfunden ist. Der Blaswandler tastet über spezielle Sensoren des Musikers Anblasluftstrom und die Griffkombination einer klappenähnlichen Schalterkombination ab. Diese elektronischen Signale werden in Medidaten umgewandelt und gelangen zur eigentlichen Tonerzeugung in einen internen Synthesizer oder ein externes Soundmodul. Spielweise und Technik Ein Blaswandler ist auf unterschiedliche Arten spielbar. So bietet Yamaha bei ihrem WX-5 ein Saxophon- bzw. Blockflöten-ähnliches Kunststoffmundstück an. Die Griffe sind bis zu einem gewissen Grad einstellbar, aber größtenteils denen eines Saxophons ähnlich. Bei dem WX-5 sind die Klappen so gebaut, dass man sie drücken muss, während man die Tasten eines E wie von Akai lediglich berühren muss. Der Tonumfang beträgt sechs bis acht Oktaven, die mit dem Daumen an der Rückseite ausgewählt werden können. Moderne Geräte reagieren wie ein konventionelles Instrument auf die Dynamik und die Stärke des Luftstroms und verändern damit die Klangfarbe. Gespeist wird die Auswahl der spielbaren Instrumente durch eine sogenannte Soundbank, in der die verschiedenen Klangfarben abrufbar sind. Bedeutende Künstler Einer der ersten Musiker, der dieses Instrument spielte, war der Saxophonist Wayne Schorter mit einem Lyriken der Firma Compotone. Der kalifornische Saxophonist Tom Scott verhalfe dem Instrument mit seiner Band L.A. Express und der Titelmusik zur TV-Serie Starsky und M. Hatsch zu breiterer Popularität. Auf sehr hohem Niveau verwendete der amerikanische Saxophonist Michael Brecker den AKI Evi Blaswandler. Weitere Künstler Martin Hörny Erfinder des Synthophons Der Schweizer Saxophonist G. Sax Bob Minzer Die Japaner Masato Honda Und Myazaki Takahiro U. V. R. Meer Meer